Der Andy ist immer noch Feuerwehrmann und Immobilieninvestor und in Teil 2 des Interviews mit ihm sprechen wir darüber, wie er einen ganz konkreten Tipp bekommen hat von einem Profi, um einen Deal zu verhandeln und dadurch richtig Geld in diesem Deal gespart hat. Dann erzählt er uns von einem Haus, das er saniert hat und wie er damit in einem einzigen Jahr über 130.000 Euro Vermögen aufgebaut hat. Dann stellen wir ihm die Frage, er hat jetzt eben 700.000 Euro Immobilienbestand aufgebaut, wie viel Eigenkapital war denn dafür nötig? In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Ich habe ja einmal telefoniert vor der Masterclass, ich weiß es noch sehr, sehr genau. Du standest halt einfach wie, glaube ich, kein anderer, mit dem ich gesprochen habe, in den Startlöchern voller Energie, dich da jetzt voll reinzuhängen. Und ja, so kam es da dann auch. Erzähl mal, wie es weiterging jetzt. Also es sind ja noch fünf Einheiten dazugekommen. Das nächste, was dann immobilientechnisch passiert ist, ist wieder ein Dreier-Mehr-Familienhaus, oder? Richtig, genau. Erzähl mal, wann, wie und wo. Nutzenlasten war, ja, war in der Masterclass selber, also ging ja damals nur drei Monate, also First Mover, man musste sich ja ausprobieren. Drei Monate und Übergang war im April 2019. Ja, genau, richtig, 2019, konnte vorher aber schon anfangen. Ja, Immo-Scout, Immo-Scout gesehen. Ich wusste, dass dieser, dass Stefan, ein Kollege von mir, wir sind ja beide tief im Markt drin und sagen, und hast du das schon gesehen, hast du das schon gesehen? Ja, und dann sagt er, ja, ich habe da eins am Bonner Platz, Bonner Straße, ziemlich zentral bei uns in der Innenstadt. Ich sagte, da hat er ja eins gesehen, da hatte ich auch gesehen, das war aber so schnell weg, wie der Dreck, zack, deaktiviert vom Markt. Ja, und dann habe ich eins gesehen, das war irgendwie, ich glaube, drei Häuser daneben. Und ich, ja, ja, dann habe ich angerufen, den Verkäufer, ja, war auch kein Makler dabei. Und es war 322 Quadratmeter für 219.000, ja. Marktweiß in Düren, habe ich euch ja eben gesagt, ne, ist ja ähnlich wie in Essen. Also sind das 700 Euro den Quadratmeter oder so, ne? Genau, richtig. Krass. Dann denke ich mir, uiuiui, ne, jetzt musst du, jetzt musst du fix machen. Dann hat er angerufen, gefragt, ich, erst mal habe ich, ich habe eine E-Mail geschrieben, habe ich angerufen, den lieben Herrn Verkäufer und ihn dann dazu gebracht, dass ich einen Besichtigungstermin bekomme. Dann hatte ich ihn dann noch gefragt, wann denn sein erster Besichtigungstermin stattfindet. Und dann sagte er, um zwölf. Und dann habe ich ihm gebeten, er möchte doch bitte um elf schon da sein. Hm, ja, 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 okay, ich komme um elf, ne? Ja, ähm. Geil, du hast dir quasi den ersten Termin gesichert. Ja, ja, genau, richtig, ne? Das ist natürlich das Gute auch bei meinem Job, dass ich auch tagsüber Zeit habe, ja. Ich hätte auch Pech haben können, dass genau der Tag ist, wo ich Dienst habe, dann wäre es Pech gewesen, ne? Ja, dann, ähm, ja, dann war ich ganz nervös, weil das war so ein guter Deal und dann bin ich bei dem Haus vorbeigefahren. Und, ja, das sah halt schlecht aus, ne? Ja, aber war mir dann bewusst, ähm, das muss halt schlecht aussehen, das muss Probleme, äh, haben, weil sonst wäre es nicht so günstig, ja. Ähm, es stellt sich dann auch noch raus, dass der Verkäufer, äh, Miet-, äh, Rechtsanwalt für Mietrecht war, ja. Äh, äh, und seine Mutter hat noch drin gewohnt und die anderen beiden Parteien waren aber auch vermietet, ne? Also man konnte drin wohnen, das war mir schon mal wichtig, ähm, viele Sachen mussten halt auch, er war sehr ehrlich, was die Probleme angeht in dem Haus, ja, ähm, was da noch zu machen ist. Ähm, ja, da hatte ich Basti angerufen, mit dem war ich ja schon gut connected. Ich sagte, äh, Basti, ich habe einen guten Deal, ich brauche mal deine Hilfe. Ich sagte, ja, was hast du denn? Dann habe ich ihm ein paar Kennzahlen gegeben, sagte er, boah, ja, und hast du das? Ja, habe ich alles gemacht, ne? Ja, äh, okay, was, was weißt du über den Verkäufer, ich habe auch alles erzählt. Und, ähm, ich dachte, ja, ist doch ganz einfach. Ich sagte, wie ist ganz einfach, ne? Ja, und dann machst du so und so und so, ne? Und dann, ja, okay, ich sage, trotzdem, äh, Basti, du wohnst ja nicht, du wohnst ja nicht, du wohnst ja nicht, du wohnst ja hier um die Ecke, ne? Äh, äh, könntest du vielleicht, hast du vielleicht Zeit dann am 11? Ich dachte, ja, da muss, ich habe nur einen Elternsprechtag. Aber, äh, ich denke mal, das kriege ich hin, ich, ich melde mich, ne? Ja, und dann, äh, hat es tatsächlich geschafft und war dann mit mir zur Besichtigung. Und, ähm, ja, ich habe dann schon, also ich habe natürlich versucht, alles selber zu machen, natürlich, ne? Dann meine Fragen gestellt an die ganzen Mieter, kamen auch ein bisschen, noch ein bisschen mehr raus, Gott sei Dank, ja? Ähm, und, äh, dann haben wir so, das ganze Haus besichtigt, waren dann fertig. Und, ähm, ich hatte vorab den Verkäufer, aber auch schon eine Finanzierungszusage von meinem Bankberater per E-Mail zukommen lassen. Und, ähm, ja, der Verkäufer wollte uns dann schon entlassen, sagte, ja, wenn Sie es dann überlegt haben, dann, äh, melden Sie sich die Tage, so, ne? Ähm, wir haben uns das schon überlegt, äh, wir möchten kaufen, ja? Also, er hat erst mal mich angesprochen, und, ich muss ehrlich gestehen, ich war dann schon ein bisschen, äh, so, hm, eingeschüchtert, irgendwie so, so, die Schultern gingen nach vorne, ich gucke zu Basti, so, bitte übernimm mal, habe ich so in meinem Kopf gesagt, ja, er hat es dann auch so, ne, wir wollen kaufen, äh, er wurde schon, die Augen, er wurden von dem Verkäufer so, äh, wurden schon noch ein bisschen groß, ja, okay, er kriegt vor die zwei dann noch eine Eins, ich habe das gar nicht realisiert, ich sage, was will er denn jetzt, ne? Ah, 199.000, ne? Der Verkäufer aus. Machst du noch mal Angebotspreis? Er hat 219. 219, ja, ne, für 300 Quadratmeter oder so, ne? Ja, ich hätte, ich hätte gar nicht gehandelt, weil das schon so günstig war, ne? Und dann, da kriegen wir vor die zwei noch eine Eins, und er hat gesagt, ja, ich wusste ja, dass gehandelt wird, aber mehr als 219 wollte ich nicht gehen, hatten wir quasi schon, ne? Ja, da habe ich mich noch mal bedankt, ich sage, danke noch mal, das ist so, dann bin ich dann wieder so größer geworden, ne? Dann habe ich dann auch mal wieder das Gespräch übernommen, ich sage, danke noch mal dafür, dass sie so aufrichtig waren und die Mängel hier aufgezeigt haben, die da waren, aber jetzt bei den Gesprächen mit den Mietern ist ja noch das und das aufgefallen, ne? Und dann sagt Basti, 205.000, ähm, und sie können sofort wieder nach, nach Hause fahren, ähm, nicht mehr durch, er kam so, äh, aus Düsseldorf die Ecke, ne? Kein Makler, ähm, äh, inseriert, und, ähm, sie können sofort nach Hause fahren, müssen nicht mehr durch die Rushhour zurückkommen und, äh, irgendwelche Besichtigungen machen, äh, irgendwelche Zusagen bekommen, wo die Finanzierungszusage dann vielleicht sowieso platzt, äh, wenn sie jetzt hier einschlagen, können sie sofort nach Hause fahren und sich um ihre Mandanten kümmern. Ja, dann habe ich mich hingestellt und die Hand zu schlagen sie ein und dann war das Ding geritzt und das war total krass. Er hat eingeschlagen? Ja, er hat eingeschlagen. Für 205? Ja, ja, das war, äh, das war gut, ja. Da kommt schon wieder das Gefühl hoch, ey, das war echt krass. Da, 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 da blitzt, äh, Basti's Akquise-Stärke so ein bisschen durch, ne? Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Es freut mich ganz persönlich, dass der Andy so einen Werdegang genommen hat in Sachen Immobilien investieren, komplett ohne Vorwissen gestartet, sein Umfeld hat es ihm erst nicht zugetraut und jetzt so durchgestartet, dass wir ein Teil dieser Reise sind, freut mich noch viel mehr. Wenn auch du möchtest, dass wir dich begleiten bei deinem Immobilienbestandsaufbau, dann bewirb dich bitte jetzt auf die Immocation Masterclass, unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm. Ja, wir vergeben jetzt in Kürze die Plätze für die Masterclass 2020. Um mehr über die Masterclass zu erfahren, geh am besten auf immocation.de slash masterclass und genau dort kannst du dich ab dem 16. Mai auf die Plätze für die Masterclass 2020 bewerben. Falls wir es noch nicht gesagt hatten, 16.05. bitte vormerken und gleich bewerben. Wir haben letztens auch mit ihm zusammen eine Immobilie gekauft oder wollten sie kaufen. Und die haben wir dann auch im Nachgang gekauft. Aber da hat er sich im Nachgang geärgert, nach der Besichtigung. Da hat er also auch Kontakt zum Verkäufer gehabt, war aber mit Makler und war dann richtig den Abend so, hat er drüber nachgedacht und nachrichtig gestellt. Oh Mann, 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 ich hätte das vor Ort klosen können. Ich hätte es vor Ort klosen können. Das ist so. Aus irgendeinem Grund hat er gezuckt, was er normalerweise nicht macht, dass er direkt auf den Verkäufer zugeht, aber weil viele andere noch besichtigt haben und so. Ich hätte die Hand draufkriegen können, eigentlich bei dem ersten Termin, so wie er es in der Regel und in deinem Beispiel jetzt dann auch tut. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Also wenn man das einfach mal live miterlebt hat, auch krass einfach. Aber es funktioniert halt auch. Und man muss da einfach auch ein bisschen selbstsicherer werden und das einfach ausprobieren. Du hast es ja schon gesagt gerade, du musst statt die Schulter nach vorne, musst du die Brust raus und musst einfach, musst die Selbstsicherheit ausstrahlen. Und nach ein paar Deals tust du das wie selbstverständlich. Das kann man sich, das kann man sich am allerbesten aneignen, indem man es sich abguckt. Also sich es wirklich vormachen lässt und beobachtet. Und dann denke ich, okay, was macht der anders als ich jetzt gerade? Das ist offensichtlich genau das, was den Unterschied macht beim Gegenüber. Ja, richtig. Das ist wirklich geil. Ja, und er wollte die Immobilie auch auf jeden Fall weg haben. Das hat man auch gemerkt in den Gesprächen. Ja, war einfach, komm, ja, es ist super einfach, einfach super. Da war viel dran zu machen. Ich bin morgen fertig. Das ist jetzt über ein Jahr. Terrasse muss ja noch gemacht werden. Da kommt jetzt noch was drauf. Aber da ist auch viel Geld reingeflossen. Was ich aber absehen konnte, ich habe noch einen Sanierungskredit direkt mit aufgenommen. Also Nebenkosten habe ich selber bezahlt. waren 17,5 und Sanierungsgebiet waren 50.000 noch. Wie hast du abgeschätzt oder abschätzen können, was da jetzt an Aufwand und an Kosten auf dich zukommt? Also, dass das nicht, dass das 20.000 nicht reichen, dass das aber auch nicht 100.000 werden? Also, wie konntest du das machen? Ja, das sind, ja, also, kann ich sagen, komplette Fassade vorne. Muss ja gemacht werden. Da habe ich auch noch eine Front an sich. Kann ich euch gerne mal zuschicken. Die wurde gemacht. Das komplette Dach wurde gemacht. Und hinten die Terrasse, sechs mal zehn Meter. Also, eine ziemlich große Sonnenterrasse ist da. Ja, die wurde nochmal gemacht. Also, dass ich die Außenhülle auf jeden Fall einmal dicht habe. Ja, so wollte ich das machen. Und vermietet waren die Wohnungen. Ja, da brauchte ich nichts machen. Außer bei der eigenen, wie gesagt, die Mutter hat noch drin gewohnt. Das ist eine 150 Quadratmeter Wohnung. Die musste quasi komplett gemacht werden. Da habe ich auch selber noch mit angepackt und mein junges Laminat verlegt und so weiter und so fort. Hast du die Angebote eingeholt vor dem Kauf schon? Oder hast du grob geschätzt? Wie habe ich das gemacht? Ich glaube, vor Kauf, ja, ich glaube, ich kannte ein paar Handwerken. Ich glaube, pass auf, so und so. Ich habe auch mit Basti direkt, der hatte sein Lasermesser dabei. die Höhe von der Fassade und Breite mal gemessen, dass ich so mir grob die Richtung auf jeden Fall mir Angebote, dass ich so grob überschlagen konnte. Weil ich muss ja wissen, wie viel Sanierungskredit nehme ich denn auf? Weil sonst stehst du da und musst nachher nachschießen. Das ist nicht so gut. Okay, das heißt, Gesamtinvest war dann mit dem Sanierung, war dann 265, ist das richtig? 255. 255. Ach, 205 war am Ende ja sogar die Idee. Ja, okay. 255.000 quasi Gesamtinvest. Dafür hast du 300 Quadratmeter bekommen. 322. Rechne mal kurz aus, Stefan, was das auch gerade ist. Wie viel, wo sind die Mieteinnahmen heute ungefähr? Weißt du das? Jetzt einmal neu vermietet, 6 Euro. Knappe 6 Euro. Oder sag gleich die Mietrendite einfach, das ist ja das, worauf ich hinaus will. Also knapp 11 oder so. 11, noch was. Prozent Mietrendite? Ja. Inklusive der 50.000, die du noch investieren musstest? Ja. Wie viel war das pro Quadratmeter schon mal? Also. Was meinst du, Marco? Ich wollte nur wissen, wie viel zwei, also 322 Quadratmeter für 255.000 gekauft. Ach so. Gesamtinvest. Also ich will wissen, wie viel der Andy pro Quadratmeter bezahlt hat. Ah, unter 1.000? So viel war, weißt du? Unter 1.000, so weit war ich auch schon. 790 inklusive der Sanierungskosten. Also Sensor ist eine 790 auf dem Quadratmeter inklusive der Sanierungskosten. Du sagst, Markt gibt auch irgendwie 1,6 her oder so, wenn man da ganz normal in die gute Vermarktung geht. Was ist das Teil jetzt wert? Also so, wie es jetzt hergemacht und vermietet ist. Was glaubst du, ist das heute wert? Ja, ich habe es jetzt selber einfach mal ganz defensiv mit 1,2 betitelt. Quasi in meiner Auflistung, die ich so habe. Pro Quadratmeter? Ja, 1,4 auf jeden Fall. Also definitiv. Also die Fafade ist neu, das komplette Dach ist neu. Gaube wurde direkt verbreitert, neue Fenster oben rein, weil das Dachgeschoss, was oben ist, die Bauakte war weg. Ja, auch wieder, wie war das Glück, ist mit den Dusseln. Die Bauakte war weg. Ich habe Zugang zu jemanden, der arbeitet. Ich arbeite ja auch bei der Stadt. Bin nebenbei ja noch Fitnesstrainer, mache so Reha-Sport und sowas. Und habe dort eine Dame, die dort arbeitet beim Bauamt. und die kannte die Geschichte auch, weil irgendwie sieht es aus, sie sagt, ich würde mal gerne die Bauakte sehen. Die war aber weg. Und nachdem, als alles abgeschlossen war, rief sie mich an und sagt, Ende, hör mal, deine Bauakte ist aufgetaucht von dem Häuschen. Würdest du die nochmal, ich sage, ja, auf jeden Fall. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das Dachgeschoss als Wohnfläche deklariert ist. Waren quasi gar nicht, das sind 48 Quadratmeter. Ich meine, da ist eine Gaube drauf, ein Fenster drin, die Gaube wurde jetzt direkt ein bisschen vergrößert, neue Stülpenfenster rein, auch wegen der Brandschau von der Feuerwehr. Wenn, da sollte mal was kommen, aber es ist ja als Wohnraum deklariert, ich hätte es auch so lassen können. Das heißt, jetzt ist es mehr noch als die 320 Quadratmeter quasi? Ja. Wie viel ist es jetzt? 48 Quadratmeter. 48 Quadratmeter mehr? Also 370. Oder? Korrekt. Nur, ich habe gerade mal deine Zahlen gegeben. du hast gesagt, richtig konservativ sind das 1200 Euro, dass das auf einen Quadratmeter wert ist, das Haus. Mal 370 Quadratmeter, die es jetzt gibt. Wenn ich da deinen Einstand von abziehe, die 255.000, dann bleiben immer noch 190.000 Euro über, die du einfach an Vermögen geschaffen hast. 190.000 innerhalb von einem einzigen Jahr mit diesem einen Objekt. Wenn du sagst, statt der 1200 sind das 1400, was das wert ist, dann sind das 260.000 Euro Vermögen. Oder, ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob es die 322 schon mit den 48 Quadratmetern sind oder ob das vielleicht für 270 inseriert war, was auch, ich glaube sowas. Ich sage mal, 322 Quadratmeter ist schon on top mit dem Dachgeschoss. Selbst dann, also selbst wenn es die sind und die 1200, dann hast du 130.000 Euro Vermögenszuwachs gehabt. Neben Cashflow und einfach 130.000 Euro innerhalb von einem Jahr mit diesem einen Objekt. Das ist so geil. Das ist, das ist ein richtig gutes Objekt. auf jeden Fall. Groß. Ich wollte nur gratulieren auch Andy zu der Immobilie. Absolut großartig gemacht. Also wir haben gerade die Tage sehr ausführlich für einen Podcast was aufgenommen, haben da nochmal wieder die Geschichte von Daniel erzählt, der ja jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus gekauft hat über Jahre, der wirklich Immobilieninvestor Profi ist, Profi darin, Mehrfamilienhäuser zu entwickeln. Der hat ein, ich sage mal, sehr komplexes Haus mit sehr vielen Problemen in Cottbus gerade entwickelt und hat es geschafft in über einem Jahr 600.000 Euro Wert zu heben. So, das ist aber einfach ein Vollprofi, der das seit vielen Jahren macht und genau weiß, was er tut. Der auch nicht einen Vollzeitjob parallel hat. Der das Fulltime macht. Das ist genau der entscheidende Punkt. Und du, ich sage mal, erst mal branchenfremd als Feuerwehrmann steigst ein, bist am Anfang deiner nebenberuflichen Immobilienkarriere und hebst in einem Mehrfamilienhaus mit der Entwicklung in einem Wert von über 100.000 Euro. Sensationell. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss man sich mal überlegen, was man tun muss, um 130.000 Euro zur Seite zu sparen. Also was man, ernsthaft, wie viel Geld man jeden Monat über was für einen Zeitraum zur Seite legen muss, um so einen Berg anzutragen. Und das ist das Ergebnis von einem Jahr. Aber ich weiß, da sind Blutschweißer Tränen reingeflossen. Also ich sehe dich heute noch, du warst zwischendurch berühmt bei uns intern in der Masterclass, weil in jedem Webinar tauchte der Andy mit seinem Haus auf und du hast in jedem Webinar hattest du eine Viertelstunde Rede- und Frage-Antwort-Anteil, weil du wieder auf irgendein Problem gestoßen bist. Ja, der Bedarf ist dann halt da. Ja, aber es war geil, man konnte echt verfolgen, wie du dich durchgekämpft hast und es ist so geil, heute das Ergebnis zu sehen. Deswegen möchte ich gerne ändern von Glück des Dussels auf Glück des Tüchtigen. Ja. Weil das sehen wir ja auch, weil da sind, ein paar Leute sind in der Masterclass, die absolut Vollgas geben, also einfach nur innerhalb eines Coaching-Programms, wo du merkst, die sind in jedem Webinar mit vielen Fragen da, die stellen viele Fragen in der Wissensdatenbank, die nehmen ihre Einzelcoachings intensiv, die sind die aktivsten in der Mastermind und so weiter, die sind weit im Videokurs und das sind am Ende die, die sehr erfolgreichen Immobilienbestand aufbauen. Also Glück des Tüchtigen, würde ich an der Stelle sagen. Dann lass uns mal so ein bisschen in die aktuelle Situation jetzt kommen, du hast noch zwei Wohnungen dann gekauft bisher. Kannst du die nochmal kurz umreißen? Ja, da hat auch wieder der Makler mit dem ersten Mehrfamilienhaus, also es lief alles irgendwie über die LWS, keine Ahnung warum. Ja, da war eine Wohnung, weil auch in einem Stadtteil von Düren das wohl was ländlicher ist, muss ich sagen, aber trotzdem sehr beliebt bei Familien, Grundschule, Autobahn, einmal nach Jülich, einmal nach Düren, alles sehr schnell erreichbar, da wird sich auch noch einiges tun da in der Nähe. War eine Wohnung, ich glaube, was war das, 85 Quadratmeter, knapp 1000 oder unter, ich meine 1000 Euro der Quadratmeter war sie inseriert. Die hatte ich mir dann auch gemerkt und dann war sie aber auch ganz schnell deaktiviert, da war ich einfach zu langsam, weil ich wegen dem Dreifel-Mehrfamilienhaus ein bisschen was zu tun hatte und wollte mich erst mal darauf konzentrieren und irgendwann ploppte die aber wieder auf. Wer ist denn der Makler? Ach, der liebe Herr sowieso, der hat dich denn angerufen? Ich sage, ja, ich habe gesehen, da ist jetzt wieder eine Immobilie drin, die war doch schon mal drin, warum ist denn die wieder rausgenommen worden? Da wollte ich mich noch bei Ihnen melden. Ja, Finanzierung nicht geklappt. Ah, okay, haben Sie noch, ja, sind Sie denn interessiert, sagt er zu mir. Ich sage, ja, ich würde mir die gerne machen. Ja, ich hätte heute Nachmittag Zeit. So, wunderbar. hingegangen, der Voregentümer, der Voregentümer hat da selber vier Jahre drin gewohnt und die letzten zwei Jahre, glaube ich, vermietet. Ja, der wollte jetzt auswandern. Witzigerweise ein ehemaliger Schul- aus der Parallelklassen, Schulkamerad. Ich will die ganzen Unterlagen zukommen lassen und denke mir dann so, wie sind die diese Bewirtschaftungskosten so mega, also Hausgeld war sehr hoch. Ja, ich habe mir die Pläne angeguckt und die machen keine Sonderumlage, also normalerweise gibt es ja immer eine Sonderumlage für einmalige Sachen, aber es gibt komplette Balkonsanierung und Fassadensanierung, da sind Internetplatten draus, das Haus von 1975 und hinter den Platten sind die Holzbalken verschimmelt quasi oder nicht verschimmelt, also kaputt. So, deswegen wollen die ganze Fassade mit Balkonsanierung machen. Das haben die das Hausgeld aber dann so hoch geschraubt, dass die Bewirtschaftungskosten wirklich bei 45 Prozent lagen bei mir in meiner Kalkulation. Der Kaltenmitte. Ja, und dann habe ich brutal. Ja, wie billig müsste das denn sein, damit ich das kaufe? Geil. Ja, und dann hatte ich 85, für 72.000 habe ich die gekauft, ich glaube, die war so für 89, genau, 89 Quadratmeter für 72.000. Dann habe ich mir mein Angebot gemacht, habe denen das erklärt, ich sage, hören Sie mal, die Instandhaltungsrücklage, die jetzt so hoch gestraubt, was ja auch vernünftig ist, da wohnen viele Eigentümer halt, die wollen, dass es schön aussieht. Und irgendwann sieht es ja schön aus und dann fahren die auch wieder runter, hatte ich ja mit der Verwalterin abgeklärt. Kann aber fünf bis sechs Jahre dauern. Das habe ich dann dem Makler so gesagt, das können sie dem Verkäufer sagen. Ich wäre bereit zu kaufen für den Preis. Ja, er wusste, dass ich kaufe, wenn ich mein Wort gebe, das war ja derselbe Makler. Ja, und dann hatte ich das geclosed, hat er mich zurückgerufen, ja, er macht das. Ja. Und die zweite Wohnung, da wohnen Berufe da drin, super Mieter, schöne Wohnung, wenn die ausziehen, brauche ich auch nicht wirklich was dran zu machen. Das bezog jetzt auf die erste Wohnung. Genau, richtig. Rendite? Also jetzt zu dem Preis, zu dem du gekauft hast? Acht Prozent zu dem Preis, zu dem du gekauft hast? Wo jetzt am Anfang nicht viel überbleibt, weil du eine hohe Sonderumlage zu tragen hast, aber das entfällt dir irgendwann. Stopp, waren sieben, 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 irgendwie sowas bei sieben rum. Er hatte mir aber erzählt, dass er bald versetzt wird und sowieso ausziehen muss. Und da habe ich mir gedacht, gut, kannst du aussitzen in einem halben Jahr. Jetzt ist er immer noch drin, jetzt habe ich die Miete erhöht. Jetzt bin ich bei acht, so. Okay. Ich habe eine einvernehmliche Mietererhöhung gemacht. Ja, gut. Okay, auf jeden Fall die zweite Wohnung aus der WEG rausgekauft. Ich habe dann die Verwalterin mal angefragt. Ich habe dir das so ein Schreiben zukommen lassen. Ich habe da bitte doch, das an die anderen Eigentümer weiterzuleiten. Möchte sie nicht gerne machen, sagt sie, aber sie kriegt auf jeden Fall immer mit, wenn eine Wohnung verkauft wird und dann wird sie sich bei mir melden. Ja, waren dann direkt zwei Wohnungen. Einmal die Untermeine, die ist im ersten OG, jetzt im Erdgeschoss und direkt daneben habe ich dann zwei Verhandlungen geführt. Und eine quasi jetzt mit Erfolg dann auch, das sind 72 Quadratmeter für 57.000. Und jetzt gekauft ohne Makler, leerstehend und komplett saniert. Daneben die Wohnung. Warum wurde die verkauft? Der wohnte 300 Kilometer weit weg, hatte irgendwie noch ein Haus. Ja, der hatte einfach keine Lust mehr. Er hatte auch mit seinem, er hatte irgendwie ein Einfamilienhaus gehabt, was er vermietet hat. und er sagte ja auch, das ist immer wie die Leute mit dem Eigentum anderer umgehen und, und, und. Deswegen hatte er halt einfach keine Lust mehr. Ich habe ihm auch gesagt, ja, bleiben Sie da, wo Sie jetzt wohnen, 300, geben Sie mir Erfolg, macht, ich besorge mir alles selber, was ich brauche, um nachher das Einzige, was wir machen müssen, treffen uns dann beim Notar und dann ist gut, wenn Sie mit meinem Preis einverstanden sind. Ja, war er dann und dann hat sich ein bisschen alles verzogen, weil die Leute, die drinnen gewohnt haben, er hat sie quasi noch gekündigt. Das war so eine Firma, so Monteurswohnung, würde ich jetzt sagen, aber absolut einfach nur marktgerecht vermietet und er hatte mich gefragt, möchtest du die drinnen behalten oder raus? Die Verwalterin hat mich schon angedeutet, wenn die raus könnten, wäre das nicht schlecht, ne, die stören so ein bisschen den Hausfrieden. Ich so, ja, der Verkäufer hat mir angeboten, die leer zu übernehmen und dann habe ich das halt gemacht, ne. Ja. Und es dauerte was, bis die Wohnung leer war, weil das hat sich noch im Notarvertrag mir extra noch aufsetzen lassen, dass die Wohnung komplett leer übergeben wird. Die Wohnung war leer, ich komme rein, da steht ja immer noch alles, ne. Ja, es gab so ein bisschen Diskrepanz, deswegen war der Übergang der Wohnung ein bisschen später, aber dann wäre das egal, hat mich ein bisschen geärgert, weil ich habe zu ihm gesagt, ja, bleib 300 Kilometer weit weg, war dann meine Arbeit, die ich halt machen musste, aber ein paar Termine sind halt einfach nicht zustande gekommen, das war alles. Im Endeffekt, die ist jetzt, es kommt drauf an, ich habe sie jetzt neu saniert, da ist tatsächlich etwas teurer geworden als gedacht, weil die komplette Elektrik noch gemacht werden musste, mit Schlitze klopfen und, und, und. Das heißt, mussten dann auch mehrere Wände verputzt werden, im Endeffekt ist die Wohnung jetzt komplett saniert. 20 habe ich ausgegeben jetzt, für die Komplettsanierung der Wohnung, ja. Wie hast du das festgestellt, dass die Elektrik gemacht werden musste? Ich hatte mir den Kasten angeguckt, die Unterverteilung, also erstmal waren da so viele Kipphebel, ja, und noch ein großer Automat, dass ich mir gedacht habe, okay, das sieht gut aus, brauchst du das, ich meine, es war ja auch alles, die hatten eine Küche, die hatten eine Waschmaschine, die hatten einen Trockner, die hatten einen Herd, das hat ja alles funktioniert, ne, aber trotzdem, ich hatte dann einen Elektriker trotzdem kommen lassen, als die Wohnung aber dann halt schon gekauft war, und bevor man hat, ich sage, guck dich das mal bitte an, und dann sagt er, Andy, kannst du machen, ich würde es nicht, wenn du jetzt wirklich hier anfängst zu renovieren, Badezimmer komplett, das war alles safe, dass das neu gemacht wird, sagt er, mach die Elektrik neu, ja, das haben wir dann gemacht, war sehr günstig für mich, die Elektrik, aber trotzdem, dadurch musste dann der andere Handwerk aber auch wieder mehr arbeiten, und dann kam eins zum anderen, und, und, und. aber, ähm, ich werde da jetzt eins hin, glaube ich. Du wirst selber einziehen? Ja, ich, ja, weil es ist einfach viel zu hochwertig, also, ne, das, dann sagte der Handwerker, ich kann dir auch anstatt hier Q3, kann ich dir auch Q4 machen, kostet schon 80 Euro, das ist immer mehr, ich sage, ja, dann mach halt, ne, mach mal, ne, sage ich, mach mal, das sieht einfach so schön aus, da, ne, dass ich sage, wenn ich da jetzt irgendein eins hinlasse, und dann macht mir das, dann werde ich einfach sauer, ne, die Wohnung gefällt mir wirklich gut, zwölf Meter Balkon, also schöne Wohngegend, ne, zieh da halt selber mal ein für kurze Zeit, ja, und dann kann man die auch wieder veräußern, wenn ich mir das Eigenkapital halt auch wieder rausholen. So ist der Gedanke, also Plan B jetzt quasi, ja. Würdest du sie vermieten, hätte sie was für eine Rendite? Wenn ich normal, also ich, wenn ich, also ich könnte sie, wenn ich 8,50 Euro mir nehmen würde, ähm, würde ich bei 10, auch würde ich auch bei 10 rauskommen. 10 Prozent? Ja. Okay, stattdessen ziehst du jetzt selber ein, bleibst da vielleicht eine Zeit lang wohnen, und möglicherweise verkaufst du sie dann relativ kurzfristig wieder, oder mittelfristig, um Eigenkapital freizusetzen? Genau, also entweder gefällt es mir so, dass ich einfach wohnen, da wohnen bleibe, ja, kann ich ja machen, ähm, generell würde ich so lange da wohnen bleiben, glaube ich, ähm, bis die Sanierungsmaßnahmen an dem Haus abgeschlossen sind, im Hausgeld, wobei Leute bei Eigenbedarf ist es vielleicht jetzt nicht relevant, ja, ich würde sie dann ja auch als für Eigenbedarf verkaufen, ja. Andy, wie viel, äh, verrätst du uns, wie viel Eigenkapital du über alle die neuen Objekte hinweg äh, investieren musstest? Ja, jetzt mit der Wohnung natürlich sehr viel, das waren 20, äh, Bonner Platz ist auch ein bisschen größer worden, ich hatte dann noch eine neue Vermietung, ähm, konnte ich aber die Kaltmiete nochmal 100 Euro anheben, ähm, schwer zu schätzen, also 20, dann 17,5, äh, die Nebenkosten für Bonner Platz, dann, ich schätze, also 50.000 vielleicht. Alles zusammen. 50.000, 50.000, alles zusammen, äh, alles zusammen 50.000, ja, vielleicht. für zwei Mehrfamilienhäuser mit drei Parteien plus drei Wohnungen und, äh, du hast, also, du hast in den letzten gut zwei Jahren etwas gemacht, von dem die allermeisten träumen, die sich anfangen mit Immobilien zu beschäftigen, von dem auch sehr, sehr, sehr viele sagen, es geht nicht, du hast, äh, so, ne, man sagt immer, okay, irgendwie 5, 6% Mietrendite wäre schon wichtig und alles darüber hinaus, wenn ich richtig wachsen will und die meisten kommen da nicht hin und du hast jetzt tatsächlich neun Einheiten gekauft, ich habe es hier aufgeschrieben, 10% Mietrendite, 6,5, 11, 8 und nochmal 10. Ja, im Schnitt, also bei meiner Gesamtübersicht bin ich im Schnitt, wenn ich alles zusammen bei 9,5% bei allen Einheiten. Sensationell und du wirst, wie viel Euro Cashflow hast du dort raus jetzt? Raus im Monat bin ich bei knapp 900. Also du hast im Moment ein Zusatzeinkommen heute von 900 Euro, vor Steuern vermute ich mal, aber, ja, egal, 900 Euro Zusatzeinkommen, außerdem tilgst du mit 3%? Ich bin jetzt, ich habe gestern mir nochmal alles angeschaut, getilgt habe ich schon 20.000. Jetzt schon, also 20.000 Vermögensaufbau dadurch quasi, aber, also, du hast, wie viel, wie viel Immobilien in Summe, also wie viel sind die Immobilien in Summe Einkaufspreis? Müsste ich, müsste ich schauen, habe ich jetzt nicht, müsste ich jetzt schätzen, weiß ich nicht. Na, ich überlege mal, also du hast, also, die, das eine Haus hast du gekauft für 255 inklusive Investment, das andere Haus hatte gekostet, 200 und, Ach so, ich bin jetzt bei 700.000 Gesamtverschuldung, 750.000, ja, so roundabout circa 689 oder so, 700. Ich wollte auch den Punkt mal machen, also, du hast fast 1.000 Euro Zusatzeinkommen im Monat ja aufgebaut, parallel, wenn man 3% Tilgung rechnet, auf 700.000 Euro Verschuldung, sind das ja nochmal 20.000 Euro im Jahr, die du jetzt mittlerweile tilgst, jetzt mit, mit allem, was jetzt angelaufen ist. Also, sagen wir mal, 10.000 Zusatzeinkommen im Jahr, 20.000 Tilgung. Genau, also 30.000 Euro Vermögensaufbau pro Jahr, nur aus dem, was du in diesen eineinhalb Jahren dir quasi geschaffen hast. Plus, die gehobenen Werte, die wir am Beispiel von einem Haus schon gesehen haben, wo du 130.000 Euro Wert in deiner Vermögensbilanz gehoben hast durch Entwicklung. Wahnsinn. Also, wirklich sensationell, Andy. Neben, Freue mich total. Neben einer Vollzeitberufstätigkeit, mit ein paar Freiräumen, die man vielleicht sonst nicht hat, aber zwischendurch auch tageweise einfach keine Chance, irgendwas zu machen. Ein grandioses Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man, wenn man da wirklich reingeht. Also, absolut cool. Wie fühlst du dich denn heute mit Immobilien und wo soll die Reise hingehen? Ja, ich hatte mir als Ziel gesetzt, dieses Jahr, wäre es schön, mich zu verdoppeln, also von den Einheiten her, auf Mehrfamilienhäuser auf jeden Fall. Das Witzige war, dass ein bekannter Makler, jetzt nicht der, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, jemand anderes, der zu mir kam und sagte, bist du dann immer noch interessiert? Ich sage, ja, und dann sagte er, alles gehört zu mir, ich habe ein Zehnfamilienhaus für dich. Ich sage, was ist das denn? Genau das, was ich mir als Ziel setze, kommt dann quasi um die Ecke, ja. Ich war es auch besichtigen, war aber halt, wie gesagt, mit der Sanierung nicht fertig und die Rechnung kam immer weiter rein und ich habe mir so, nee, mache es nicht. Ich habe es mir angeschaut und dann sehe ich nur, die Elektriker waren irgendwie in einer Wohnung nur drei Drehsicherungen drin und dann habe ich mir gedacht so, und vier Wohnungen waren leer und dann habe ich gesagt, es würde mich auffressen. Ich sage, das ist zwar witzig, dass es genau das Ziel ist, was ich erreichen will, aber ich habe gesagt, überdreh mal nicht, konsolidiere dich erst mal, guck jetzt mal, dass du alle Reparaturen abgeschlossen hast, das mit der Wohnung geklärt hast und erst mal wieder in seichtere Gewässer kommst und dann kannst du auch wieder viel bessere Entscheidungen treffen. Ja, konsolidieren quasi erst mal. Ja, hört sich sehr vernünftig an. Ich würde sagen, wir wünschen dir extrem viel Erfolg weiterhin. Wir werden definitiv ja auch in engem Kontakt bleiben. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank, Andy, für die spannenden Einblicke. Danke dir. Ich danke euch. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.